Wenn du es zum zweiten Mal machst, dann kann es natürlich sein. So, wir gehen rum. Ich glaube, jetzt kommt der Boss. Ich glaube, jetzt kommt der Boss, Leute. John! John, look what I found! Green on the bottom and blue on the top. Okay. Oh-oh. Warum ist es gerade zu leise? Jetzt ist es wieder viel zu leise. Oh. Ah, fuck! Fuck, okay, ich weiß, wie man Schaden macht. Ich weiß, wie man Schaden macht. So. Haha. Bup, 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 bup. Nein, 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 bitte nicht mich kaputt machen. Nicht bitte, nein, nein, nein. Fuck. Ich habe es da geschafft. Nein, 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 nein. Oh. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Hau ab, hau ab. Nein, 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 kleiner Korn. Nein, 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 nein. Nein, nix. Oh, fuck. Ui, 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 ui. Das ist schon krass. Krass hier. Alles so krass unter dem Examenkeit. Ich habe gar nichts dazu hier zu bewegen, ey. Jungs, du bist es. Warum schießt ihr die ganze Zeit auf mich? Hallo? Yoga-Watt. Yoga-Watt. Nein. Oh, es war so knapp. Ich habe nur noch zwei Bombos. Das ist zu, Baba-Usobi. Wie lange ist dieser Gang? Das ist der nächste Gang von ganz, ganz, sich von der ganzen Welt irgendwie fühlen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hier so, hier so, hier so. Ah! Jeder ist lau, wir! Oh, cool! Es war gar nicht mehr Timing. Ich hab eigentlich was anderes gewollt. Ja, komm schon, 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 komm schon. Nein, es gibt noch mehr Phasen. Oh, oh. Ich hab gedacht, wir sind jetzt vorbei. Ich muss, ich muss noch, komm, komm, komm. Nein, nein. Oh mein Gott. Okay. Rot. Er will schießen. Hinter das Parkour, hinter das Parkour, ah! Help! Help, help. Ja, sehr schön. Jetzt hat er noch mal eine, jetzt kriegst du noch eine schöne Ladung von meiner Pfanne in deine Fresse, Junge. Boom. Hau ab. Yay. So, ich geh mal den Lurk, bis sie die Schmerzen kurieren, soweit es ihm geht. Oh, Rahmenfederchen, ganz gut und besser. Oh, und vielen Dank für dein Schlörky-Schlörky. Eis und Tee entspannt den Draht, wurde gesagt. Hm. Keine Ahnung. Ich würde halt immer eher sagen, so heiße Sachen, gerade Kamillentee, das würde ich immer, also ich würde immer eher zu heißen Sachen tendieren, als kleine Sachen. Um ganz viel, ganz viel dich gut bessern, ne? Rahmenfederchen. Aber danke schön, dass du bisher da warst. Das macht mich total glücklich, dass du mir da zugeschaut hast, obwohl es dir nicht so gut ging. Vielen Dank. John? John, where do you go? Aber wir haben es doch überlebt, wir haben den doch voll platt, wir haben den doch voll... John? John, what's wrong? John, are you okay? John? 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 I... Is... Is someone there? Help! Help! W-W-Who are you? I'm you, Sam. Please, please help John. I'm afraid only you can do that. The only way to see the light is to cut through the darkness. Mysterious. W-Wait! Cut through the darkness? Hold to charge Sam's energy. Uh, Leute, wo haben sie? Ja, sie hat sie... Eure Haare leuchten, Leute. Wow. Ah, leuchten. Ist jetzt aber nicht tot, oder? Oder? Oh. Okay. Okay, das ist ein bisschen anderes Konzept. Ah! Jetzt wissen wir, wie wir die kriegen. Ich hab keine Ahnung, was ich grad mit ihr machen bin. Uh! Aber sie fühlt sich... Also sie ist halt nicht so schnell wie ihr, leider. Ah, und wir paralysieren mit ihr auch nur Sachen. Ah, jetzt sind wir hier. Sehr schön. Okay. Wir können das hier. Das da. Ihn halten wir an. Ihn halten wir auch an. Aber wir müssen vermutlich alle machen. ne, damit sie irgendwie keine Ahnung was... Oder? Ich hab jetzt gedacht, dass wir vielleicht alle machen müssen. Ich vermute es. Du musst jetzt einfach mal... Ah, fuck. Bin ich jetzt... Ah, nee. Die sind jetzt alle nochmal... Da hab ich bestimmt schon was verpasst. Da hab ich bestimmt jetzt schon was verpasst. So. Weil da grad eben waren wir ja gar nicht... gar nicht so... krass unterwegs. Oh, das Eis hat den Gegenteil bewirkt. Aua. Oh nein, Sarah. Oh wie? Warum haben die dir denn was gesagt, was gar nicht so... was... der gar nicht schringt? Das ist doch kacke. Ah, fuck. Aber man kann ja die ganzen Monster nur paralysieren. Das geht mir halt auch ein bisschen auf... Auf den Keks geht mir das schon ein bisschen. So. 100%. Keine Ahnung, was mir das bringt. Satt. Es hat geklappt vorhin. Oh nein. Ah, kacke. Es tut mir total leid. Hoffen, du kriegst das nochmal. Du kriegst das... Es wird nochmal besser. Es wird bestimmt nochmal besser, Sarah. Also... Bei mir hat es dann irgendwann auch... Aufgehört und es wird besser. Oh fuck, das sind ja voll viele. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber wir müssen hier dran. You collected one more to increase your HP. Yay! Leute, Leute. Haben gleich die HP. So, das war nicht so gut. Ich weiß nicht, wann das wie ist. Hm. Okay. Ich verstehe nicht so ganz, wann es Gold ist. Ich mache mir dann wohl einen Tee. Ja, würde ich dir auch empfehlen, Sarah. Ah, das ist halt kacke, wenn man halt die ganze Zeit so schmerzen hat. Aber ich kenne das im Anfang, der... Wenn du noch eine gute Zahnspange hast, dann ist es glaube ich schon besser. Ich glaube, ich hatte auch eine ganz okaye Zahnspange. Ich hatte nicht so dieses Mittelalter-Ding. Weil meine Mutter und mein Vater mussten da auch ordentlich nochmal was bezahlen. Ich finde das so krass, dass man so wirklich ganz ehrlich diese Dinger, die bezahlt werden von der Krankenkasse, die werden ja auch kein einziges Kind irgendwie... fühlt sich mit sowas wohl. Und dann Leute wirklich so in den Unterricht zu setzen, wenn halt ein Kind wirklich kein Geld dafür hat. Wenn es halt eine arme Familie ist. Und dann halt zu sagen, ja okay, du musst jetzt damit klarkommen, was die Kasse unterstützt, finde ich halt schon scheiße. Ah, ich hab's geschafft. Gerade so. Also es war jetzt nicht so obvious, dass ich es schaffe. Oh, wir sind jetzt hier. Verstehe ich... Ach, wir können rennen jetzt. Warum rennt sie jetzt auf einmal? Why does she run now? Keine Ahnung. Ich wollte noch mal gucken, was man damit machen kann. Interessant. Okay. Oh, who's that? Another dead end. Looks like it's up to me to get her done again. You're gonna blow things up again, aren't you? Are you sure that's a good idea in here? Not to worry. I make sure to use just the right amount of Plast Powder. You'll find a safe place to hide. Fine, I guess I can give you another chance. Geil. Roboter, der gerne Sachen hochjagt. Five, four, three. Oh, das war knapper als erwartet. Hehehehe. Looks like there was a slight miscalculating in the timer. Like always, you mean. Wow, Izzy. This is incredible discovery of the century. Where are we? A city? Schon crazy. Ach, das kommen wir jetzt an. Hoffen jemand, der uns unterstützt. Wir brauchen die Hilfe. Hilfe, bitte. We need help. Für unseren armen, für unseren alten Freund. Wie hieß er noch mal? Ich hab schon seinen Namen vergessen. Ganz ehrlich, wenn er jetzt stirbt, dann bin ich traurig. Ah, wir sind jetzt hier. Ah, save me a hick, bottle, okay. L-l-l-l-l-l-sami. Hey, du kleiner Schick. Weg, weg, weg. Hopp, weg da. Ich weiß, dass du wieder nur Leckerlis im Kopf hast. Jetzt weg. Hopp. Weil kriegst du gar keine Leckerlis mehr, wenn du so weitermachst. Dann bist du, bist du ganz traurig. Ich weiß. Huh? Where did, where did you just pop out, huh? This can't be good. John, John is still down there. Ja, müssen wir schon, John retten. ein bisschen John retten. Er hat außerdem unsere Potatoes. Unsere krassen Potatoes hat er noch. Just some scratches they heal soon. The bigger problem is they went to the forbidden land if the manager finds out. John, I, what can I do to help? Let's see, some gel should do the trick. Gel, got it. Oh, there is a problem. The only one that might have something like that is that quack of a doctor at the bar. You mean Bakuda? Got it, I ask him. Okay. können wir hier mal köchen oder kann sie, wahrscheinlich kann sie nicht kochen. Ne, sie kann nicht kochen. Oh, das ist eine kacke. Well, what do you expect going to a place like that? Major asked you better not tell him you went to the forbidden land. Okay, wir versuchen es. Wir versuchen dem an zu erzählen. Aber es ist spannend. Jetzt sind wir mit ihr unterwegs, auch mal. You can refrigerate your memories but when you take them out again will they knew really be you. Aber ich glaube, man kann hier nur sehr selten abspeichern, ne? Also, ich habe jetzt gerade mal zwei Speicherstellen, aber ich verstehe nicht so ganz. Ich glaube, diese Speicherstellen sind einfach da, wo man dann aufpuppt. John, is he alright? Got me worried sick. Okay. Hm, I knew it from the start. You bring John nothing but trouble. Oh, mein Gott, sind das so richtige Asikühe. So, John's gone and gotten himself hurt her. See, probably had it coming. Boah, gehen die mir alle auf den Sack. Die Mädels halt. Die Männer sind eigentlich alle ganz nett da. Warum sind da so die Männer so gut dargestellt und alle Frauen so kagge? Ist doch blöd, sowas. Ach, guckt euch mal diese kleine Sam mit den kleinen Minischritten. So laufe ich auch, Leute. So laufe ich auch. If it isn't little Sam. Hm, is there something on your mind? You haven't gone made John angry, have you? Hm. Now you listen right here. If children didn't make mistakes, then they wouldn't be children. You go and give John a nice big apology and everything will be fine. Oh, wie süß. Das ist voll süß gewesen, was der gesagt hat. Genau so ist es. Eigentlich ist man generell kein Mensch, wenn man keine Fehler macht. Das heißt, eigentlich sollte man stolz auf seine Fehler sein. Natürlich nur bist du ein bestimmter Player, aber trotzdem. What are you still doing here, Sam? John's hurt? Well, don't blame yourself too much, you know. All of this down here, we've all got things we gotta go gotta do. Der singt wieder nur. What are you doing here, sweetie? Pokiuta already flew the cop left to find John. Don't tell me you didn't see him. Damn fool, must have got it lost again. Go check the dick side, who knows, he's probably running around down there somewhere. Wie? Ah, wir wissen, wo er dann ist. Der muss ja hinter den Pilzen sein, ne? So. I'd start it. You guys open the door. Okay. Oh, oh, if it's this, tell me, you don't think John's gonna kick the bucket, do ya? Oh, mein Gott, ey, warum sollte ich, warum sollte ich denken, dass John, oh, ha, ha, how's John with Sam? It's all my fault. If it weren't for me, those three wouldn't be out onto you. Deine so, selbst sind nicht deine Schuld, you gay. Es wie eher die Schuld sister. Hey, sister, go, sister, flow, sister, sie ist die Patzen, hurra. Das nervt mich ein bisschen, ja, ja. Wir haben so viel Salz. Wahrscheinlich kann man nur 9999 Salz sammeln, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich weiß auch gar nicht, wie man so viel Tee kriegen sollte. What? You guys went to the Forbidden Land and John got himself injured? Oh, nein. Don't you worry think about that Major your secret safe with me. Ach Gott, der ist so süß, aber ich glaube nicht, bei allen von denen unser secret safe ist. Weil der eine der plaudert ja immer alles aus, was ihm gerade passt und ist ja eigentlich voll der kleine Assi-Kopf. Also dem, der immer Schnodder aus der Nase lebt und der immer Schnodder aus der Lasse läuft und der immer Angst hat vor allem. Ach, hier kann man auch absprechen, hab ich total vergessen. If you were to someone else memory, would you be you or them? They feel memories? Ja, das ist halt eine gute Frage. Was macht die Person aus? Macht die Person die Memories aus, die man gemacht hat? Oder halt einfach das, was man ist? Ich würde sagen, hier ist bestimmt jemand. Hier sind wir doch hingelaufen. Hier kommen wir jetzt endlich durch. Ah, ne. Ist nur drei Tokens, die wir gefunden haben. Ach, drei Tokens hin und her. Cool ist trotzdem. Wir haben ein bisschen was gefunden, Leute. Hm. Also wir sollten jetzt jemanden finden, der hier rumrennt. Ach, die kann man wirklich nur einfrieren. Das können sich hier ein bisschen... Oh, da ist er. ja. Oh, wie sie sich immer freut. Sie läuft so auf der Stelle und dann macht sie so... Oh mein Gott, gibt's was Süßeres auf der Family? Gibt's was Süßeres? Oh, so, hab mir mal einen Tee geholt. Oh, ja. Hier, viel Spaß beim Tee trinken. Ich hab auch einen Tee. Wir können also gerne zusammen... Ach, ja, ich liebe die Familie. Oh, Sarah, es tut mir leid, wenn du da so Stress hast. Whatever you do, don't say the words or beat in the or beat in the and lay in front of the mayor. Okay. Wir können nochmal zurück. Sehr schön, dass wir ihn auf Anlieb gefunden haben. Er war oben, Leute. Wir haben hier noch ein bisschen was. Wir sind schnell unterwegs. Richtig schnell. Müssen ja auch. Der ist verletzt. Unser liebe John ist verletzt. Wir müssen ihm helfen. Aber was war denn jetzt schon wieder los? Haben sie sich schon wieder gestritten, Sarah? Tut mir auf jeden Fall leid. Aber ja, das ist glaube ich, ich würde nicht sagen, bei jedem Erwachsenen. So, aber viele Erwachsene können nicht so gut sich normal unterhalten und dann streiten sie sich. Das ist immer ein bisschen doof. So, jetzt geht's auf nochmal zu John zurück und dem geben wir dann ein bisschen was von unserer Medizin. Bin ich hier in die Capture Card während der da dran? Ah ja, wir können hier Captures ziehen, Leute. Wir brauchen noch ein paar. Wir haben noch nicht alle. Ich will alle. Ich brauche den König. Den König bitte. Einmal. Nee, Slime habe ich schon dreimal. Ich habe doch schon drei Slimes. Komm schon. Ich habe sechs Dinger. Ganz ehrlich, lass mich mal hier den King ziehen. Den Semen King. I want the Semen King. Mommy, watch out for monsters in the sand. There's some weird experience going on in the Eternal Towers. Some even claim to have seen creatures wrapped in bandages. Tut mir leid für die, für die ist geknuddelt. Ja, wieder mal, weil der Kaffeemaschine was ist. Dummer Grund. Halt richtig dummer Grund. Vor allem, was kann denn eine Person dafür, dass er in der Kaffeemaschine ist? Richtig dumm. Aber für dich auf jeden Fall von Darfst die und mir geknuddelt. Aber mein Vater natürlich währenddessen rauchen war. Ah. Venom Bane, the friends of the demon king and the leader of the fort generous carry energy crystals that are the key to saving the princess. Ich würde fast sagen, wir machen vielleicht, wenn ich heute Abend noch, ich weiß nicht, vielleicht, ich würde bald gerne diesen Nebenmodus, den wir haben, würde ich auch gerne auf Stream spielen, aber nicht im Haupt das war ja der Endboss jetzt, den ich da jetzt gekriegt habe. Ich habe doch jetzt alles, oder? Ah, ne, Mushroom. Legend has it, you can find creatures like these in the lands of the wind. It's snowing now and it summer to perhaps the result of miasma. Ich habe die jetzt alle schon, oder? Ja, habe die alle, das heißt, runter. Aber weil mein Dankeschön du Mädchen das? Ja, das ist halt einfach nimm dir das, es liegt, nimm es dir auf jeden Fall nicht zu eng, Sarah, es liegt nicht an dir, die haben einfach manchmal für solche Sachen kein Feingefühl. Wie, You found a gel? Fantastic, take it to yoga. I can't see things any well for John this time. Wie, warum? John ist doch, kriegt doch jetzt das gel und dann geht's ihm nochmal John, I got a gel. Perfekt. Aber, hm, wenn nicht, dann gehen wir halt einfach nach oben, hier unten ist doch sowieso scheiße. Then we've done all we can do. Is, is John gonna be okay? That will depend on John himself. John? Oh. Aber er hat doch gesagt, es soll ihm nochmal gut gehen. das ist aber ein Traum. John? John? Are you up yet? Huh? Look what I found. Come on, John, hurry up. Leider müssen die Kinder immer daran leiden. Ja, das ist halt wirklich ärgerlich. Ich würde auch, wenn ich mal ein Kind kriege, würde ich halt auch ungern meinem Kind sowas zeigen. Bin da gar nicht so, ich weiß nicht, bin da gar nicht so der Typ für. Wir können immer noch das Klo zumachen. Ich hab mal gedacht, ach, wir sehen uns sogar im Spiegel. Krass, in einem Traum sieht man es normalerweise ja gar nicht im Spiegel selber. Mein Vater ist auch ein richtig krasser Raucher nach dem Ausstimmraum braucht der dreimal am Stück. Ah ja, da sieht man ja schon, dass es nicht die Wirklichkeit ist. John? Fällt dir das ein bisschen auf? Guck mal, das sind Äpfel an den Bäumen, die sehen doch tasty aus. Ja, meine Mutter hat früher auch sehr, sehr viel geraucht, aber die hat dann irgendwann aufgehört. Oh, alles voll schön hier, viel schöner als da unten. Sowieso kann man ohne Sonnenlicht überhaupt leben, dann kriegt man doch ständig Depressionen, oder? Ja, Raven hat leider recht, das stimmt. Ist halt trotzdem traurig, dass es so ist. Man wünscht sich die Welt manchmal als andere. Das stimmt schon. Aber ja. Guck mal, ihre Haare sind total komisch. Oben sind sie gelb und dann unten drunter ein bisschen lila und dann schwarz. Vermutlich, weil die Sonne drauf scheint und die dann so eine Art Lichtreflexion da machen wollte. Was passiert hier jetzt gerade? Warum flackern die Bäume über Hintergrund? Das ist ganz schlimm. Naja, was muss, das muss. Ja, das ist trotzdem doof, Sarah. ist trotzdem doof. Du kannst dich ja immer hier ein bisschen auslassen drüber. Du weißt nicht, du wirst wahrscheinlich dann auch relativ schnell ausziehen, wenn du irgendwann mal erwachsen bist. Wenn es halt so Situationen gibt. Was ist denn jetzt hier los? Ich kalt sowas nicht aus. Ach, jetzt ist erst der Titel? Lol. Eastward? Warum kommt jetzt erst der Titel? Weird. Komisch, komisch, komisch. Naja. Eastward. Westward? Eastward? Was heißt überhaupt Eastward? Heißt das also Osten... Osten... Aufseher? John. You have to get better. Once you're better, we go to school together and play Earthrun together and then and then, John, we go to the surface. Just you and me. Keep watch, will ya? John. Oh my, if it isn't a little wife herself. Herself. No need to worry, my dear. I'm only here for John. You don't look so bad and here I thought you've gotten yourself seriously injured. You know I've always liked you, John. No, really. You're how should I put it? A workhouse. But you just had to go there, didn't you? It leads to the surface, you know. Oh my. Aren't you a chatty caddy? Do you have any idea, girl? Just what kind of position this puts me in? You've made the major look very bad. And when the major looks bad, it makes him very, very angry. How to ride this wrong then? Hmm. We didn't do anything wrong. In fact, John got rid of all the monsters in there. Oh, did he? Impressive, John. Very impressive. You know, that actually reminds me of something. Yes, I know the perfect place for the two of you. Gats. Sir. Ah, ostwärts, denke ich. Forward, vorwärts. Deshalb. Ah, das könnte gut sein. Ja, kommt drauf an, wenn sie get in there. Ach, er ist nochmal. You too. Er lebt noch. Er lebt nochmal, Leute. Ja, er lebt doch, er lebt doch. And keep quiet. Bei Dauern schreien, wenn meine Eltern sind eigentlich toll. Das geht ist aber doof. Du kannst ja wirklich, vielleicht auch wirklich auf diese emotionalen Ebene kommen. Damn, Major man, you hear yourself back there art, I tell ya. You've made the Major look very bad. And when the Major looks bad, this makes him very angry. Nothing can rattle the bones like our Major Hoffman. I can't even look like half as scary as even of my worst days. That old Johnny probably pissed clean through his skivvies. Enough. It's almost time for the banishment. Go and prepare. I said it's the fucking John is the uns ver pfiff nuts ar schloch eh. sir. I get out of your hair then. Wait. You need something else. I want to rehearse a bit. Rehearse sir? Yes rehearse. Oh spare me please spare me Mr. Major sir. don't know if a step shall lie not part poison and a malevolent grip of an endless unceasing mia sma how was it? It was brilliant damn my legs are still running good a bit of practice can be effective now and then so ja danke für das Angebot gerne konntest du mir eine Anfrage und Discord schicken ich finde ich nicht es ist aber halt echt so sowas ist doof aber vielleicht wenn du auf der emotionalen Ebene kommst und ihnen sagst dass du dass dich halt sowas echt runter zieht dass sie dann vielleicht auch mal ein bisschen ein se dass du halt richtig traurig dadurch wirst weißt so manchmal müssen sie auch erst müssen Leute die sich so arg streiten halt auch erst sehen wie krass sie das kind damit beeinflussen stop stop there hey lol don't don't my baby don't be so surprised it's me just bad one man show in ir in in the flesh shocked one man show huh what's that oh no don't tell me the people have already forgotten me um anyway you called this your baby it doesn't look much like a baby to me golden eyes like spotlights elevating the crime and the darkness fresh plot a vivid testament to the battle that had transpired none other than earthborn the night stalker earthborn this is earthborn 2 no way that's so cool you like earthborn 2 it's only my favorite higher i can see that as high as i can go what do you weigh the thousand pounds what did you say huh coroda that's corodas voice okay she's in here they didn't catch you guys too did they stands in there yep that's my head so sorry hurry it up already sam big i said she wanted to give you something he want to give you it it is a lucky coin it belongs to my dad maybe it come in handy oh how am i supposed to get it in huh crap it's captain tiger run for it you idiot let me do it hm woooooooooooooo aaaaaaaaaaahhhhhh geil, ist einfach Night Stalker geil mein, mein Poster doch geil, wir kommen hier raus Junge Warum konnte der einfach... Warum konnte der einfach so durch und ich konnte er nicht durch? Richtig frech halt. Ein Ausgang, Leute! John! Look, John, look! There's a hole! Hüppies Hülle. Und der Coin, der glitzert. Der Coin, der glitzert ja mal wie verrückt, ey. Obtained lucky... Oh, Leute, ist der nicht wunderschön? Oh mein Gott, wie geil ist denn dieser Lucky Coin? Stellt euch mal vor, man hätte bei Twitch so ein Ding vor dem... Wenn man bei jemandem irgendwie einen Account hat und man hätte das dann in so grün und rot und so. Und dem Ding wäre auch voll geiles Image. Lucky Coin. Wow! Geil. Ich will noch mehr Lucky Coins. Ich will sie alle. John, look! Ja, der Lucky Coin ist voll nice. Sie sieht übertrieben hübsch aus. Voll schön. Wait for me! Wow! Leute, das ist alles... Leute, ich weiß, ihr kennt wahrscheinlich Mother und Earthbound nicht, aber das ist alles so on the nose, Mother. Es wird ja auch immer wieder Earth... Äh... Wie? Nicht Earthbound, sondern es wird ja auch immer wieder das andere Erwähntes, was dann so das Earthbound darstellen will. Es ist so crazy. Wo ist das Platz, Jasper? Hier? Ich kann sagen. Ich weiß, Eva. Aber jeder Nacht ich würde höre die strangest of hissing noises kommen von hier. Es wird so light. Ich habe zu nutzen mein Night Stalker zu plocken es. Oh! Oh, Night Stalker! John, let's go explore. You never know, it may lead outside. Ja. Mein Night Stalker! Boah, ist das... Ist das eine Drama-Queen, Leute, ey? Those secrets you keep out to thank you. Secrets are only secrets because you know them. Ja, secrets sind only secrets. Zwar ist sie ein Weiß, aber wenn sie alle Leute wissen, ist es dann noch ein Secret? Das ist auch eine gute Frage, ne? Es ist wirklich ein Secret, wenn es viele Leute schon wissen. Aha, hier. Sind schon ein Schnecken unterwegs. Boom. Boom. Oh, Mushroom! Leute, das ist unser erster Mushroom, den wir gefunden haben. Ich bin gerade so glücklich. Warum bin ich immer so glücklich, wenn wir so Sachen finden? Das ist geil. Das ist einfach cool. Oh. Turn off. Aha. 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 So, Rätsel gehen natürlich erstmal immer leicht. Jetzt bin ich ja schon gewöhnt, als großer Abenteurer solche Rätsel und Zelda und generell Spiele von solchen Spielen. Ich glaube, nach Edeltube kann mich so lang schnell nichts mehr erschrecken. Das war das Allerschlimmste. Looks like it's up to me now. Switch between Sam. Ah, ich hab... Ah, cool. Okay. Ja, ich weiß nur, dass hier was ist. Egg found. Okay. Judy... Wieder der Matsch hier, ne? Matsch. Matschentraut sound in the morning. 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 Aha. Ja, ich hab grad gedacht, das würde jetzt irgendwas machen, ne? Ach, vielleicht werden wir das jetzt noch mal umdrehen. Ja, sehr schön. Wir kommen hier durch. Okay, das ist auch bisher der einzige Weg, den wir nehmen können. Das heißt, es sind hier so viele Warnings. Ich frag mich, wer da schon vorher alles da war. Das ist halt überall... Irgendjemand muss ja die Warning-Schilder aufgehangen haben. Und warum ist halt auch die Frage. Warum sind hier überall Warning-Schilder? So, wir kriegen was Cooles, Neues. Wir haben den Key, yay! Oh, die sind so süß. Oh mein Gott, sie ist so unglaublich süß. Ich liebe sie. Die Sam ist so unglaublich goldig. Habt ihr gesehen? So, tschu, tschu, tschu. So, so glüht. Ein Quartner wächst ab jetzt im Tomatengarten weiter. Oh, hallöchen Quartner. Sehr schön. Du wächst im Tomatengarten weiter. Das finde ich sehr gut. Aber, aber, aber... Jetzt kannst du hier weiter wachsen. Und Sonne und Wasser schnappen. Weil Wasser schnappen ist immer gut. Jetzt haben wir die Timpare. Wenn wir dich nicht so gut ausfächeln. Endes of Fall goch, was ich letzten Mal.